Der Job als Presse-Referentin ist echt klasse! Und bei Beinbach All Media zu arbeiten ist besser als beim Stadtmagazin. Obwohl du da auch eine Menge gelernt hast. Ja klar, ich weiß, wo es jetzt die besten Brötchen gibt. Hey, Gabriela, das ist Dominik, ist ein Freund von mir. Hey Marc, du auch hier? Wie du siehst, ja. Hast du niemanden mitgebracht? Nö, aber hier lernt man doch bestimmt jemanden kennen, oder? Davon kannst du ausgehen. Ah, Marc übrigens, das ist Dominik. Dominik, Marc, Marc, Dominik. Hallo, hallo, hi. Nee, jetzt mal ernsthaft doch. Warte mal auf jemanden. Oh, jetzt muss weg. Tschüss. Bis später. Ciao, Steffi. Grüß dich. Da bist du ja. Hi. Na? Was machst du denn hier? Ich hatte keine Wahl. Man hat mich sozusagen gezwungen. Ah. Na, alles klar? Ja. Und bei dir? Also, ich find's super hier. Sag mal, hast du schon andere nette Leute kennengelernt? So wie mich zum Beispiel? Ich denke schon. Wie sieht's aus? Hast du Lust zu tanzen? Wer? Ich? Ja, wer denn sonst? Marc scheint ja heiß begehrt zu sein, ne? Ich merk schon. Also, wie sieht's aus? Was? Na, tanzen wir. Kannst du das, wo man die Beine bewegt und sich ganz in den Rhythmus fallen will? Ja, das, das, das kenn ich. Siehst du? Worauf warten wir dann noch? Komm mit. Äh. Wo? Entschuldigung. Ganz kurz. Wo willst du jetzt hin? Wie süß. Bist du schüchtern? Ich hab'n Freund. Ich bin auch total verliebt. Weißt du, wenn ich verliebt bin, dann bin ich total treu. Tut mir leid. Was für eine Verschwendung. Dann sieh' mal eine an. Du hast also'n Freund. Es sind ja ganz neue Seiten an dir, Marc. Es sind doch ganz neue Seiten für Marc. Hi, Alexa. Hi. Das hat mir so wirklich was Cooles. Bis auf diesen blöden Sandseberal. Auch bei links mit Duschen. Besser ist. Nicht daran. Ich muss grad'n Dominik und Marc denken. Da ist unser Matzo ja ganz schön ins Schwitzen gekommen. Hat sich aber wacker geschlagen, find ich. Wenn ich verliebt bin, dann bin ich absolut treu. Hey, grüß dich. Schmesterchen, Besuch für dich.